Die Atmosphäre ist immer wunderbar, die ist immer geil. Ja, das ist für mich natürlich so ein kleiner Heimvorteil, hoffe ich. So viel Kraft und so viel Energie steckt da drin. Ja, dass wir sozusagen auf der Bahn getragen werden dadurch. Die Menschen, die Stimmung, die Akustik, das Raunen. Ich krieg jetzt schon gerade Gänsehaut, wenn ich dran bin. Dramatische Erworteil